Paradoxe Symptome Paradoxe Symptome sind Symptome, die sich widersprechen oder die unlogisch sind. Es gibt zum Beispiel in der Homöopathie den Ausdruck paradoxe Symptome. Dort heißt es zum Beispiel, dass Obstipation, also Verstopfung, das Befinden vorübergehend bessert. Oder man spricht zum Beispiel bei der Hashimoto-Tyreoiditis, also bei der Schilddrüsenentzündung von paradoxen Empfindungen. Dort gibt es zum einen Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Gewichtszunahme und auch Reizbarkeit und Ärger. Das ist eben das paradoxe Symptom, das mal das eine und mal das andere auftritt. Und so gibt es auch verschiedene andere Erkrankungen mit paradoxen Symptomen, sich widersprechenden Symptomen. Und man spricht auch von paradoxen Symptomen, wenn man zum Beispiel von der Erstverschlimmerung. Man hat gerade in der Homöopathie, in der Naturheilkunde häufig das Paradox, wenn etwas, wenn ein Medikament anspricht, dann scheint es zunächst die Erkrankung zu stärken. So ähnliches finden wir auch zum Beispiel im Yoga, insbesondere wenn man Yoga intensiv macht. Man weiß zum Beispiel, dass Yoga langfristig die Kopfschmerzwahrscheinlichkeit erheblich senkt. Ich habe jetzt da keine genaue empirische Studie dazu, aber Menschen, die Yoga regelmäßig üben, werden vermutlich zum größten Teil nahezu vollständig beschwerdefrei. Und diejenigen, die weiter Kopfschmerzen haben, haben es erheblich seltener und auch kürzer andauernd. Aber wer zum Beispiel mal eine Yoga-Ferienwoche mitmacht, zum Beispiel bei Yoga Vidya, und dort jeden Tag zwei Yogastunden macht, zweimal meditiert, gesunde Nahrung, und in der Natur, der hat manchmal die Erfahrung, dass am ersten Tag einer solchen Woche die Kopfschmerzen kommen, oder vielleicht sogar erst mal seit einiger Zeit wiederkommen. Eventuell ist das auch Entzugserscheinung bei Kaffee, aber auch Nicht-Kaffeetrinker haben manchmal dieses paradoxe Symptom. Es kommt aber nur einen Tag lang als Symptom dafür, dass der Organismus in größerem Maße gesundheitliche Impulse bekommt, und am zweiten Tag sind die Kopfschmerzen abgeklungen, und danach geht es einem richtig gut. Also paradoxe Symptome können auch als Reinigungserscheinungen und Reinigungserfahrungen bezeichnet werden. Und dann geht es um einen Tag lang als Symptom. Und dann geht es um einen Tag lang als Symptom.